Hallo und herzlich willkommen zurück zum, diesmal in einem relativ schönen Thema, HTML, machen wir jetzt mal. Ähm, ja, und ihr seht, ich hab hier schon wieder mal was vorbereitet. Ähm, ihr werdet euch vielleicht fragen, warum ich mich so anders anhöre. Ich persönlich fand meine Stimme ja total erneueng, aber ein paar von euch mochten meinen Stimmverzerrer nicht, deswegen probiere ich es jetzt einfach mal ohne, ihr schreibt mir dann, wie ihr es findet. Ähm, ja, also wir fangen mit HTML an. Ähm, ja, zuerst mal, wie ist HTML aufgebaut? Äh, ihr seht, ich hab hier ein Programm, das nennt sich Notepad++, schreibt man so. Und, äh, das findet ihr kostenlos bei Google. Äh, beziehungsweise nicht bei Google, aber ihr könnt es bei Google und könnt es dann runterladen. Ähm, ja. Ihr müsst dann eure Datei irgendwie hier Datei speichern unter und irgendwas, also irgendein Dateiname.html am Schluss, das ist ganz wichtig, sonst kann es der Browser nicht interpretieren. Ähm, ja, das ist eine von den Voraussetzungen. Erstmal das Grundlegende, jetzt habt ihr mal überhaupt das Dokument. Und dann könnt ihr anfangen auch schon, das ist echt nett, mit dem Doctype ganz oben. Oh. So. Doctype HTML. So, ihr seht, ich hab jetzt hier schon, äh, zwei spitze Klammern. Also einmal auf, dann spitze Klammern zu hier. Und so ein Konstrukt nennt sich ein Tag. Das ist jetzt kein richtiger Tag, weil es hier noch ein Ausrufezeichen hat. Das muss einfach überall oben auf der Webseite stehen. Das werdet ihr auch eigentlich überall finden. Außer es ist älteres HTML, dann sieht es ein bisschen anders aus. Aber Doctype steht eigentlich immer da. Wer es nicht macht, der ist kein guter, äh, HTML-Programmierer. Also immer machen. Ähm, ja. So, weiter geht's mit dem HTML-Tag. Ich rede hier die ganze Zeit von Tags, aber ihr wisst ja wahrscheinlich noch gar nicht, was Tags sind. Das ist gar nicht so schwer. So. Das ist erstmal das Grundlegende. Also ihr müsst, ähm, ganz am Anfang und ganz am Ende dieses HTML haben. Am Anfang spitze Klammer auf, HTML, spitze Klammer zu. Und am Schluss müsst ihr dann noch ein Slash reinbauen. Also spitze Klammer auf, Slash, HTML, spitze Klammer zu. So, das ist jetzt ein Tag. So sieht eigentlich jeder Tag aus. Also spitze Klammer auf. Tag-Name, spitze Klammer zu. Und dann innen rein, was man drin haben will. Und am Schluss dann wieder spitze Klammer auf. Slash, Tag-Name, spitze Klammer zu. So beendet ihr den Tag. Und ihr seht, das, ähm, Notepad++ highlightet mir das hier schon. Also da ist jetzt noch keine Ausgabe dabei. Das ist erstmal, dass der Browser weiß, dass man das als HTML interpretieren muss und nicht als irgendwas anderes. Ja. So, weiter geht's. Was denn ein HTML-Dokument, heißt's ja offiziell, ist, ähm, unterteilt in einen Kopf, genauso in Tags, also Kopf, Head auf Englisch, genauso in Tags unterteilt wie, ähm, der HTML-Tag. Und deswegen hab ich auch vorhin gesagt, das hier, der Doctype ist ein spezieller Tag, denn der hat ja jetzt hier kein End-Tag. Uh, müsst ihr auch nicht machen, das passt so. Das ist einfach, es gibt ein paar spezielle, die haben keinen End-Tag, weil man sie halt nicht beenden muss. So, ähm, und dann gibt's noch den Körper, den Body. Ich nehm mal an, ihr wisst, was Körper auf Englisch heißt. So, und Backslash-Body. Äh, nicht Backslash, ich sag immer Backslash, nehmt mir das nicht übel. Das ist eigentlich nur ein normaler Slash. So, in den Kopf, ähm, das machen wir irgendwann anders, das ist ein bisschen schwieriger. Da kommt gar nichts rein momentan. In den HTML-Tag an sich kommt auch nichts mehr rein, außer dem Head und dem Body-Tag. Ihr seht, die Dinger kann man auch schachteln, also, wir haben jetzt hier einen Tag innerhalb von einem Tag. Also, der HTML-Tag ist ja ganz außen, und innen drin ist dann Head und Body. Und innerhalb von dem Body kommt ja nochmal das, was dann auch wirklich auf eurer Seite stehen soll. Das heißt, man kann die Dinger eigentlich ziemlich schön schachteln. Ähm, manche Dinger kann man nicht schachteln, das werdet ihr dann merken. Das macht aber auch eigentlich keinen Sinn, Überschrift, äh, in einer Überschrift zu haben. So ein Spaß zum Beispiel macht überhaupt keinen Sinn. Ja, apropos Überschriften, fangen wir doch gleich mal mit der an. H für Headline, wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht genau. Und 1 für die Größe, also 1, je kleiner die Zahl, desto größer. Ich glaub, 0 gibt's gar nicht. Ne, 0 gibt's nicht. Deswegen mag ich das Programm so. Das sagt mir gleich, was es gibt und was es nicht gibt. H1, Headline 1, also die größte. Die größte. Ü wird da wahrscheinlich nicht interpretieren können, das muss man eigentlich maskieren. Ähm, kann man nachher einen Filter drüberlaufen lassen, dann macht das automatisch. Die größte Überschrift, Ü wird auch nicht gehen. Ach, das war das Falsche. Jetzt hier, ich hab das schon mal aufgemacht, ähm, ja. Die Gravite Überschrift. Ja, genau. Nicht so toll. Machen wir irgendwann anders noch. Ich will euch jetzt bloß mal zeigen, wie die Texte funktionieren. Schreiben wir da vielleicht OE. Ach her, scharf, das kennt ihr ja auch nicht. UE, so. Dann machen wir H2. Die, die gut aufgepasst haben unter euch, wissen jetzt, erstmal kommt ein Slash, dann kommt wieder Backslash H2. Äh, normal Slash H2. So, und innerhalb kommt jetzt die zweitgrößte Überschrift. Taha, und diesmal schreibe ich Headline. Da ist nämlich kein Ü drin. Und so weiter, das geht bis H6. Also H3 ist dann kleiner als H2, H4 ist kleiner als H3 und so weiter. Und H6 ist fast kleiner wie der normale Text, was dann eigentlich keine Headline mehr ist, aber das macht ja nichts. Abwechslung, darauf kommt's an. Also H6, die kleinste Headline. So, wenn ich mich jetzt nicht verschreiben würde ständig, könnte ich euch das mal zeigen, wie das aussieht. So, also das ist H1, das ist H2, ihr seht, da ist schon ziemlicher Größenunterschied dazwischen. Und das kleine Teil hier ist H6. Und jetzt zeige ich euch noch, wie der normale Paragraf aussieht. Das ist nämlich das, was man normalerweise nennt. Und der ist, glaube ich, größer. Ähm, ein normaler Paragraf. P für Paragraf. Und Backslash P beendet den Tag wieder, ganz normal. Hier genauso, H6 beendet, also Backslash H6 beendet dieses H6 hier vorne. Und ja, also eigentlich nichts Besonderes. Ja, ein normaler Paragraf, der größer ist als unsere Headline. Tja, macht nix. So, ähm, damit kennt ihr eigentlich schon die grundlegenden Tags. Das ist eigentlich das, womit man, äh, schreibt. Da kommen natürlich noch ganz viele andere Sachen dazu. Das mache ich dann in den nächsten paar Videos. Aber jetzt noch mal ein paar grundlegende Sachen. Also ihr speichert die Datei als .html, wie der Dateiname ist, ist mir wurscht. Nur hinten muss .html stehen. Ihr packt am Anfang für HTML5, das waren jetzt noch keine HTML5-Tags, aber die kommen noch. Und die sind toll, glaubt mir. Also oben, spitze Klammer auf, Ausrufezeichen, Doctype, groß geschrieben, klein HTML mit einem Leerzeichen dazwischen. Ich denke, ihr könnt es selber lesen. Und spitze Klammer zu. Der HTML-Tag kommt ganz außen rum. Der Head-Tag kommt am Anfang, unter den HTML-Tag. Und unten drunter kommt der Body-Tag. Und in den Body-Tag rein kommt das, was ihr auf der Webseite schreiben wollt. So, ein Tag ist so aufgebaut, spitze Klammer auf, Tag-Name, spitze Klammer zu. Das, was drinstehen soll, spitze Klammer auf, Backslash, wieder selber Tag-Name, spitze Klammer zu. Ist nicht so schwer. Und jetzt noch mal zu den einzelnen Tags. Also Überschriften haben immer ein H am Anfang und dann die Größe von 1 bis 6. Je größer die Zahl, desto kleiner die Überschrift. Und Paragraph ist einfach P. So sieht es dann aus. Also die Tag-Namen werden natürlich nicht dargestellt. Das wäre ein bisschen schwarz dann nicht. Und ihr fragt euch jetzt garantiert, warum sieht das so langweilig aus. Das ist bloß weiß, das ist bloß schwarze Schrift. Nicht mal eine andere Schriftart. Keine Schriftgröße, die man direkt einstellen kann. Das kommt alles in CSS. Das machen wir nach HTML. Damit kann man dann alles schön einstellen. Die Sachen verrutschen. Und viel Spaß haben. Oder auch nicht, je nachdem welchen Browser man nimmt. Wenn Internet Explorer, dann wird es eklig. Also, das war es dann für dieses Mal schon. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem nächsten Video, das auch bald kommt. Bis dann, ciao.